willkommen zurück zu einer weiteren folge elgenring im co-op let's play mit tyron aloha im dlc nach wie vor und wir sind zurück beim schatten bergfried in einer neuen area im kürchenbezirk mit waffen wieder umhören genau genau die ganze und das sogar immer werfen kann auch ohne fertiger zeit geilen dafür hat man keinen normalen herr wiener so richtig das small price to pay die leichten schläge die schon gut rein wie der echte wismar ich würde baubestammt da ich glaube darüber schaffe ich es vielleicht doch nicht kommt drauf an das fett hier benutzen ich höre irgendwas großes was war das guck mal über uns was war das alter ich höre hier irgendwas was sieht aber nichts es kommt wahrscheinlich erst wenn ich auf dem wasser bin der ist doch ein legendär das gerade schon da was durch die gegenseite das sind baum mal marsch gegangen ja öh nur wasser fisch ja ich hab mich verdrückt ich hab mich voll verdrückt alter ich weiß wie rum ich wollte grad mit zwei zielen dicker alles skill alles skill ich wollte eigentlich gar ding wo er ist in level 4 nachspielen zielen und dann die apunen auf der fisch werfen vielleicht hockt er auch ja oder vielleicht auch der moro drinnen ich hab moro so gefeiert er hat mir eigentlich leid getan du redest zu viel er wurde immer gebobft von den anderen ja aber ich hab moro actually gefeiert ich mochte den irgendwie design mochte ich es nicht ja ich mag bei ihm was hauptsächlich der kräfte wo ich fliegen mochte so sein design okay er ist halt aus wie ein vollgeschissener strumpf oh mein gott dicker das wäre es jetzt gewesen man zieht sich sogar ein bisschen auf jeden fall irgendwas legendäres da musst du auf jeden fall schnell rüber rennen ich denke das ist so ein bisschen auch ist dass ich das nicht angreifen musste damit es sich einmal verpisst oh hier ist er aber ich fand es auch lustig wie er geredet hatte ja grad eben weißt er tut einen voll labern und labern und man hört mal zu schmutz man hört mal zu und dann mit dem verarschstein dafür auch noch du bist du du gehst zu viel ja ja ich glaube man kann das wasser vielleicht sogar irgendwie ablassen aber irgendwie schaut es da ich höre mir sie aus könnte sein die mit ihren motorrädern die meinen die sind irgendwie cool wenn sie ein bisschen rumflexen und die aufholen lassen der bei uns wurde einer sicher ganz ruhig bei uns wurde da irgendwie einer gesucht weil er mit modifizierten rollern rumfahren war ja mit denen 80 geballert ist ja am schlimmsten sind die Hurenzülle immer nachts wenn sie nachts durchrasen und richtig aufholen lassen der wo doch das türkei fußballspiel war ne ja da sind welche nachts durch die unsere straße gefahren und haben einfach voll krach gehupt und rumgeschrien und sind scheiß das kann heute wieder passieren die spielen ja gerade und die gewinnen grad sogar gegen die niederlande meinst du ich schaffe den Sporn da muss man ja immer irgendwie weiterkommen ja doch dann schaffst du das war ambitioniert ich dachte ich könnte ein bisschen cheaten ich gehe jetzt mal ganz ambitioniert pissen erlaubnis erteilt ok ok hm 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 Alter Wie hab ich Messmann besiegt? Ticker! Ticker! Rekko, Mann. Rekko, Mann. Oh, kommt hier was? Nein. Nein. Ich bin Messmer, du fache. Ah, da bin ich wieder. Hast du das noch gesehen, wie ich den gefickt habe? Ja, die Ficker sind schon wieder hier. Ja. Ich habe gerade nur gesagt, ich bin Messmer, da habe ich mir vorher vorhin gehauen und habe einen da drücken. Gebums. Man konnte es nicht sehen. Muss ich jetzt wirklich auf die Säule drüber springen, was ich mich jetzt verarschen? Das sah gut aus wie diese fetten Gammelpilze, ne? Ja, wir müssen da sogar hoch. Digga, jetzt war vorhin auch einmal so peinlich, wie ich abgestürzt bin, Alter. Ich konnte einfach nur noch selber sagen, wie habe ich Messmer besiegt, nachdem ich so peinlich abgestürzt bin, Alter. Digga, wie erschrocken, Alter. Die mit dem fetten Wachtelkopf, Alter. Ja, vorne steht da noch. Ne, das ist eine Leiche. Da waren wir vorhin. Jetzt runter. Oh, verpiss dich. Das war schon so ein Igel auf der Ort. Ich finde bisher sogar ganz cool, muss ich sagen, aber... Das ist halt mal was anderes. Ja, vor allem mal mit diesem Riesenviech, wo er in der Area rumlurken ist. Das erinnert mich auch an Moron, wo er die Parcours-Dinger machen musste, so dass ich überall als fettes Monsterviech da Stress machen war. Überall die Dinger verschieben, bei der Mühle und so dann. Wenn das ging, die gefeuert hat. Diese Waggons ins Wasser schubsen, so ein Scheiß. Geht's weiter runter? Das war der Schlüssel, den wir bekommen hatten mit dem Gebetsraum. Wo wir den Quilliken umgelegt haben. Das ist der. Die Iris der Gnade. Also dieses fette Mutanten-Fisch uns gegeben hat. Das sehe ich jetzt erst, dass er einen Bart hat. Die kleine Pussy. Mit seiner Tropfen-Frisur. Und jetzt haben wir ihn auch noch als Asche. Ich wünsche mir immer noch so fette Mareka-Outfit. Ich hoffe, man kriegt irgendwie noch eins, weil das schaut so geil aus. Vor allem mit dem Motz-Dinger, mit dem schönen Arsch. Auf jeden Fall, klar. Ohne Höschen. Auf diversen Seiten ist die auch ganz beliebt. Nicht auf diversen Seiten, der. Die ist gefühlt überall beliebt. Vom Außen her. Aber jetzt mal ohne Scheiß und Design, finde ich die halt echt heftig. Das machen wir ganz anders. Sonst solche Bastard-Gegner sind das. Der Speer hat sich auf jeden Fall jetzt schon bewertet gemacht, ne? Der ist richtig gut gegen die. Oh, deswegen sind so viele verreckt. Ich kann auch Feuer spammen. Angenehm. Angenehm. Ja. Da ist noch ein Weg. Die gibt es viel Weg, Alter. Schaut alles gleich aus. Naja, sicher. Das ist ein Hebel. Ich ziehe nicht. Ich glaube, man kann hier wirklich das Wasser abpumpen, wie du gesagt hast. Ja. Da sind wir jetzt zwei Wege. Oh, da geht man jetzt viel lang. Das ist, glaube ich, ein Aufzug, ja. Da kommen wir wahrscheinlich wieder in den oberen Teil, oder? Wunderschönes Mardel. Das ist, glaube ich, ein Aufzug. Ja, das ist ein großes Aufzug. Oh, da sind wir hier wieder. die schon das ist die seite wo die leiter ist jetzt kann man da ganz nach oben das heißt wir können jetzt die ganze etage abgehen aber noch über items und wir so ein bastard und ganz viel von den kleinen weg schon die auch stehen aber aber ganz anders dieses gespamm ist halt so nervig wo hat sich gerund bitte sogar nicht trotz 90 noch abkohlen ok das ist ein angreifen aber der sich gut anschauen wir werden den stauf ja ja das hatten wir doch schon eine zeit lang ist ja der messing schild plus quasi schau zu wie mir jetzt einer mit feuer mich direkt tötet ja es ist wirklich leider da kommt doch nicht mal was mit er fliegt er lautlich nach unten darauf hast du ein bisschen gepokert ich habe nicht damit gerechnet dass es so hart schnell ist also meines mit einer fliegelheit ist klar natürlich die habe ich auch gleich zweimal gemacht gerade flottert tja das kann du ja nicht blocken oh mein gott der move war nicht schlecht weil da muss man schon was so sagen aber auf was für engen raum und auch in den reingewixt wird das ist doch wirklich wegsteppen weil da müsste ja eigentlich nach vorne fliegen und eigentlich runter aber auch gedacht ja auch gedacht ja siehst du das ist das blut ist das da ist auch noch ein item auf das ich drauf sehe ich gerade wir konnten wir das nicht sehen das blut das blut der älteren war das nicht dass wir bei dem dlc bei skyrim auch das blut der älteren irgendwie so bei den vampiren mit dem fürst harkon und wie heißt die alte ich musste skyrim auch nochmal anfangen ich habe das ja mal gespielt im let's plane na und ich habe halt die creations angehabt und irgendeine creation hat das spiel broke gemacht das war dieses eine zu hause oder bekommen diese kriegshalle wo man darum kämpfen musste aber die ist richtig geil am pc habe ich da kein problem mehr gehabt zum glück ja ich vermute dass es das auf jeden fall war ich man konnte schon spielen aber ich habe relativ viele crashes immer wieder mal so mit ein bisschen abständen gehabt wenn du aufnehmen du ist und es immer am crashen ist dann gehen die aufnahmen auch verloren ich habe mir überlegt weil ich eigentlich schon darauf bock hätte dass ich halt das nochmal spiel aber halt dann nur ein paar ausgewählte creations nämlich zu viele also nicht so übertreiben und so ja ja ich habe mir überlegt mir mal die neuen anzuschauen jetzt gekommen sind aber zum einen habe ich angst dass die meinen gemordete skyrim am arsch machen zum anderen muss ich wahrscheinlich kaufen weil die sind dann nicht mit inbegriffen glaube ich in der universität die neuere nicht mehr die muss kaufen haben weil ich jetzt schon ich habe es ja wie gesagt jetzt blät man muss es abbrechen aber eigentlich habe ich schon bock das spiel macht richtig ordentlich durchzuspielen bloß die lc ist und so das ist dass ich auch kein vor dass ich deshalb mal endlich mal alles wieder richtig mache ich habe das immer wieder mal angefangen zu spielen aber weißt du wie lange ich zum beispiel nicht mit dem abo griff hier aber jahre weil ich heute nicht gespielt habe vor allem gerade auf das trend und hier habe ich dann mal richtig bock aber wenn ich dann heile will bin ja das habe ich auch damals nur ein einziges mal gespielt auf der ps3 sogar damals noch mit der legendary edition richtig oldschool die story und so ist ja gar nicht mal so schlecht wenn du diese ikonischen twemer ruinen hast dann hast du ja hier auch schwarzweide wurde unten drinnen bis für die ganze fallmann und sowas in der story die roten und scheiße der putter genau wo du die 30 stück sammeln muss ja es gibt ja auch einen anfang von dem ort sehr zu diesen alternativen anfang wurde der unten sponst mit level 1 lor als nekromant digga du bist totgebumst ja dann ist halt dass ich auch jetzt vor und ich habe es halt gemordet weil das normale skype kann ich halt nicht mehr spielen weil die von der anime allein von animation her mich halt dann nicht catch weil das einfach alles so lange lange mich ausschaut deswegen habe ich diesen elton wing style darunter geladen alle waffen haben jetzt richtig solche animationen wo du nicht abbrechen kannst du richtig drin bist und so dann zum beispiel halt ja grafik besser gemacht mpcs sind schlauer ich spiel auf dem höchsten schwierigkeitsgrad habe dafür bald auch sowas wie mal in das hand war sich ab lebensregeneration doch jetzt aber es soll trotzdem ein paar schläge ich bin tot und wofalls kann ich sogar mit noch mods runterladen uns noch schwerer zu machen habe ich sogar schon ihr habt gemacht dass gegner richtig mit skalieren also banditen sind zum beispiel sogar auf keine stufe 70 dann immer noch gefährlich weil die auch auf 70 skalieren weil banditen skalieren glaube ich vom level her immer irgendwie bis 20 stufen unter dir lauter so zeug der normalen skype kann ich nicht mehr spielen aber trotzdem liebe ich es wegen der erinnerung und zwei seit eine gute motto grundlage ist deswegen bin ich auch auf elder scroll 6 gespannt weil einmal auf das spiel selber natürlich was sie dann bringen und dann gehört das wieder modded mal ein aktuelleres spiel mit hoffentlich nicht komplett geaschen engine botten zu können als gar nichts im ort das ist nicht so leicht weil das spiel zu vork ist das wird wahrscheinlich in der engine von starfleet kommen das test 6 ja es ist da erfüllt dass ich auch gut modden habe ich mitbekommen da geht auch gute modders hinab ich habe es selber jetzt auch schon gespielt ich finde das so fürchte dich scheiße es hat mir echt überhaupt nicht gefahren das ist ja aufsichtlich für mich als mordergrundlage ja ich hoffe natürlich dass das space gehen natürlich auch gut ist von der älter scrolls weil wer scheiß das wo viele angst haben ich habe so gewusst das war das wo ich angst hatte kann man da lästig ich sehe nichts mehr muss ich habe ich runter das ist das wo viele angst haben weil es dafür zu reingeschissen hat das jetzt der test 6 orange heißen wird wobei die entwickler das dürften sich das gar nicht erlauben das reinscheißen tut ich glaube das ist der ruf und betest der komplette marsch ja das darf ich das ist schon ziemlich kaputt gemacht ich hoffe auf jeden fall das beste das ist am besten vom grundspieler schon nicht so langweilig ist mir zumindest eine solide story wieder ja für mich ist so hauptsächlich die ich habe und so wichtig als beispiel in skyrim waffen was hast du waffen gehabt eisen stahl elfen morgisch zwerge schallt ist scheiße und als nichts besonderes schwerter keulen extra hämmer fertig bögen mittels die sogar armbrüste dann die sogar ziemlich op sind das ist was ich auch gemodet habe von jedem waffentypen gibt es echte waffen jetzt also helle baden kurzschwerter landschwerter dann späre piken es ist das was ich auch beim sechster dann hoffe dass dann mal ein bisserl mehr variabilität dabei ist weil sonst schlafe ich ein zorn aus der art ist diese stoßfälle wo die wichser machen konnten ist auch so klar dass diese viecher hier sind nach namens verfolgen ist ja das sieht nicht gut aus stimmt zu ich weiß ich muss für das item hier runter trocken der war es ist so geil wie offen damit dann einfach so zu stichten aber den überraschungsangriff aus kannst du dich so tot bumsen jetzt habe ich das gecheckt ich lese hier überall nachrichten festung und nacht und jetzt fällt mir jetzt wieder ein naja das war ja auf englisch fort meid das ist fantastisch dafür liebe ich diese community dafür mit meinem namen oh mein gottes ist so dumm oh mein gott ist das widerlich nein jetzt bin ich sag und der kommt runter oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich dachte gerade ja ich doch nicht jetzt durch aber es werden drei feuerbälle und die stuß wird alles am stück durch digga wie schnell das ist aber alles werden kann ich glaube die seelen sind weg das ist halt so geil weil es halt auch keine fb verbrauchen ja ja ich habe mir vorhin auch schon gedacht ich habe mir so hart geschützt dass ich ihn stepp nach vorne macht auf den wurf und dann in den tod steppe ich habe mir so hart geschützt dass ich ihn stepp nach vorne macht auf den wurf und dann in den tod steppe gleich hat das gleich ist halt gleich hat das komm komm mein gott was ist denn mit dem das ist ich weißt du was weißt du was weißt duk und gott ich hasse die sehr gerne viele fliege mann wenn man mit dem aufzuhören glaube ich hochgekommen wollen ja das ist ja da hinten ist der bastard wieder schräglich wahrscheinlich springen oder der war ja nicht so nix von quasi dieses spiel die hölle das ist die hölle jetzt bin ich richtig wieder hier ich muss wieder hoch nicht mehr ich stelle mich hier in die kante rein, dass ich nicht weg für die Musse was macht man? ich bin auf den Knopf, nein die Area macht mich gerade total fertig ich bin auf den Knopf stehen, damit ich nicht wieder runterfahre wie er gleich spammt oh Gott treffe ihn er lebt halt noch jetzt brauche ich nur noch einen normalen Happy und dann ist er weg er werdet mich niemals besiegen wovon der verarscht sich glaube ich ich glaube ich verarscht ihn du denkst dir auch nur so dick aber warum fährt er mit der Aufstück hoch und runter hör doch auf nach unten zu fahren ich trau mich auch so aufzubringen ich trau mich auch so aufzubringen du stehst da und schmeißt diesen Huchenschmer immer die Lachen da hin ich trau mich nicht raus hier bin ich sicher jetzt gib ihn jetzt gib ihn er hat's ja für überlebt na alter er hat sich ein Check gemacht nicht dass ich hier noch was hab ich glaube das war's sogar ne da ist noch ein Item da geht's wieder runter irgendwo muss es ja hier noch weiter gehen oder ist es dann hier oben letztendlich eine Sackgasse ah da ist was was da rechts ist ein Weg da unten ja da unten ja da wo die Leiter hin glaube ich hinführt aber sonst ist ja hier nix mehr außer halt das eine Item of the Vieh da unten da unten wurde der Kopfwell gekripselt von dem Vieh bodenlos verpiss dich mit der Nachricht man jetzt will ich nur noch so hab ihren alter ja wie der echte Boss ich einfach turnen im Stillstand alter ich tu in einer ganz anderen Richtung mich bewegen alter und dann dreh ich mich in einer Sekunde um nachher und dann drehe ich mich in einer Sekunde um nachher oh Gott hab ich mich angeschissen alter oh Gott hab ich mich angeschissen alter so und dann du So gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Du Scheiße, Digga Ah, so Da hinten geht es in den Norden jetzt Das Area hier Ah, sehr gut Und da oben ist eine fette Tür noch Boss Ich weiß es nicht Irgendwie habe ich schon Bock auf den Boss Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst Und am Mittag auf der Area das jetzt war Oh Scheiße Ah, der geht nicht auf Bist du zur Zug gefahren? Voll viele Türen, die wir so haben wie die Die einfach nicht aufgehen Ja, Alter Oh, nein, Digga Der hat den Aufzug, der oben kommt und ist runtergesprungen Ja, ich bin gerade enttäuscht, dass es da Ganz oben war auch nichts Oder bist du von ganz oben gekommen? Bin von oben gekommen Ah Da war dann außen aus den Balken, wo ich lang gelaufen bin Und da war dann so ein bisschen ein Flaschenaufzug Zwei Aufzüge aneinander, die dann halt hierher gefahren sind Und hier drüben war noch ein Skado-Bomb-Fragment Oh, sehr gut Und dieser Text hier Habt ihr barmen für die verstorbenen Schabern Ich habe Nasenbluten Hä, warum haben wir Nasenbluten, Digga? Was ist denn jetzt aufhema los? Digga Auch schon alles zu viel für unseren Charakter, ja Ich muss wirklich, ich habe Nasenblut Warum können wir hier unsere Arsche rufen? Digga, ist das ein Wildschwein? Kommandant Gaius Ich habe den in der Ferne schon gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es hier ein Bosskampf ist Ist das ein Wildschwein, Digga? Ja, aber mit Pferd, Digga, den kriegst du easy Ja, der fickt mich gerade Fick du ihn Oh mein Gott, macht der Schaden Ja, der ist früchte ich horny Oh mein Gott Na ja, man kann, kommt von dem fast nicht weg Wo schmeißt der gerade den? Ja, der Digga, also ich Handwerk ganz vergessen Gefühlt Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist der penetrant! Digga, spammt der durch, Alter! Haha, Digga, der denkt sich auch erstmal hier, Alter, lassen wir abfarmen, die Leute Die kommen jetzt erstmal hier blind rein, jetzt werden erstmal ein paar Mal die Kills gemacht, schön abfarmen Der, der spammt so hart, wenn wir rein, Alter, das ist wieder so ärgerlich Ja, aber ich glaube Aber ich glaube, dass es auch ohne Pferd besser ist Setzen die so einen Buster dir hin, Alter Ja, ich muss da mich noch kennenlernen Der hat halt wieder die maximale Range, ne? Im Dodge Warum müssen die jetzt hier einen Radar für Arme hinstellen? Weißradar war ja noch cool, Digga, er war riesengroß, ein bisschen geilen, halbfertig, aber das ist einfach nur ein Bastardier Im Dodge Ich konnte nicht mal dodge'n Ach du Scheiße, Alter Ich finde es schon ein bisschen unnötig, was die jetzt hier hingestellt haben, ne? Ist der bei mir drin wieder Dann wird er irgend so einen Huhn, so eine Hauptsache auf irgendein Viecher halten, dann hat er wieder die Range Wenn er diese Gravity-Angriffe halt wieder mit den Steinbohr schießen tut, das ist ein Schwert Ja Es wäre jetzt so viel verlangt, wenn man die Bosse nicht zu einer Krankhafte Wayne schippt, ne? Oder so... Der Schade, meine Güte Mir gefällt auch nichts machen, ne? Kann er nicht mal wegdeutschen Der, wie er du spammt Der ist anstrengend Ja Der war zu früh Der war mal wieder riesengroß und halt das ganze Viech ist gefühlt in der Hitbox-Zolder Wenn er sich bewegt Ja und mit dem ganzen Körper kann er dir wieder Schaden zufügen, egal wie wir sich bewegen dort Hm 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 Hä? Hä? Weißt du, wer ist abgebrüllt an der Rüstung von dem Viech? Ja, was soll ich da machen, Digga? Maximale Range sind zwei Hits ineinander, Digga Das einen Klotchen nicht mehr reicht, Alter Wenn ich blocke, ist ich auch sauerdeck Ich finde das wieder herrlich, Digga Da hast du so einer wie Messmann, ne? Und Relana Die dann doch irgendwann machbar sind, Digga Und auf einmal kommt so einer her, wo du erst noch gar nichts ausrichten kannst Ja Aber das ist ja auch schon wieder vom Design her lächerlich, Digga Das ist doch unnötig Ja, das ist wie das Nipfert, was wir hatten Nur noch schlimmer Schneller Der hat mit Nipfert nichts zu tun, außer dass es ein hässliches Rindviech ist Ja, ja Naja Naja, ist halt kleiner, schneller Hat der Ritter drauf, der dich kommende Tod bummst Und der Ritter halt auch Digga, schau dir diese Wayne schon Boah, die Angriffe sind widerlich, oh mein Gott Ja, schau, spammt halt durch, Alter, du kommst ja nicht mal weg Ja, schau dir das mal weg Ja, schau dir das mal weg Guck Brrr Ja, er bekommt frontal keinen Schaden. Das ist süchtig. Das ist nicht nur heftig, das ist lächerlich. Auf dem Feld kannst du nicht bekämpfen, weil du kannst dann auch den Angriff nicht ausweichen. Nicht immer fast. Ah, nicht immer fast. Ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll, dass es dir überhaupt anders ausweichen könnte, wenn du fährst. Ah, aus meinem Lippe gibt es nur uns schon, Alter. Komm mal. Und dann ist dann der so. Oh Gott, der Schaden ist auch nicht gut. Ja. Meine Fresse. Oh Gott. Ja, haben wir noch eine Stoßwelle am Boden, damit es einen auf jeden Fall trifft. Ja. Also, Mess mehr. Ich war ja okay. Aber bei dem Boss ist sogar ich, den schaff ich mir nicht. Wir müssen verknüpfen. Das kannst du vergessen. Das kannst du, das kannst du, das kannst du, den. Den kannst du vergessen. Blutungsschaden hat noch nie einmal gekickt. Das ist ja schluckig behindert. Er macht den Damage. Er wirkt gar nichts. Egal, wenn man hittet, Alter. Habe ich nicht gebufft, ich bin dort. Ja, ist. Früh. Früh. Ja, wie er zinflusst. Alter. Ja, der Predicted ist sicher. Und die Range. Was soll ich gegen das Viech machen, Nico? Die Hälfte der Angriff auf Distanz kannst du nicht dodgen, gefühlt. Die anderen kannst du nicht dodgen, weil ihr die so durchsplammt. Und die, wo du dodgen kannst, warum sind dich einfach kommt das in die Hölle, Digga. Wandelnde Festung. Und wandelnde Hunde. Und so ein Senior, Digga. Ja, du kannst nicht mal einfach blocken, ne? Ja, kann nicht viel machen. Ja, kannst du ja weiter versuchen. Ich kann ja nochmal draufhauen und verrecken in den 5 Minuten, aber... Also das, beim Messen hab ich sofort ein gutes Gefühl gehabt. Bei Relana auch, aber bei dem ich sehe keine Chance. Das ist kein Boss, wo ich lieg. Nicht so. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Haut drin. Tschüss. Tschüss.